Hallo bei Inkup Your Pen. Heute möchte ich euch wieder mal einen chinesischen Füllfederhalter vorstellen und zwar den Pen BBS 268. Den habt ihr vielleicht schon mal oder von dieser Firma habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da will ich euch auch ein bisschen was zu erzählen, weil ich finde da gibt es eine interessante, ein interessantes Detail was da zu erwähnen ist und dann will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Dann machen wir Maß und Gewicht und dann zeige ich euch, da kann ich euch hier schon mal zeigen wie er zu mir gekommen ist, so in dieser Geschenkverpackung kam er an und dann machen wir natürlich eine Schreibprobe und anschließend sage ich euch was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Pen BBS 268 und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und da sage ich euch natürlich auch wo ihr ihn bekommen könnt, wie viel Geld ich dafür bezahlt habe und ob ich mir wieder kaufen würde. Dann bis gleich. So habe ich ihn über AliExpress bekommen, hat mich inklusive Versand 18,50 Euro gekostet und in dieser Pappbox, in dieser Geschenkbox ist er gekommen. Das ist hier so ein Türkis, sieht aus wie so ein ganz breiter Pinselstrich, goldene Buchstaben Pen BBS. Da finde ich ganz interessant, das ist ja nicht nur ein Hersteller, Pen BBS, Fountain Pen, sondern das ist eine Interessengemeinschaft, eine chinesische Interessengemeinschaft und die Interessengemeinschaft produziert eigene Füllfederhalter. Die sind ansässig in Shanghai und machen da Füllfederhalter unterschiedlichster Preisklassen und ja, ich finde interessant, dass es also nicht nur ein reiner Verkauf ist, sondern dass hier sich Leute zusammengeschlossen haben und weil sie Interesse am Füllfederhalter haben, hier ihre eigenen Füllfederhalter herstellen. Ja, so sieht die Box also aus. Art of Ink Writing Paper. Hier hinten drauf seht ihr nochmal verschiedene Aufkleber, Made in China, Pen BBS. Das Modell ist nochmal beschrieben, Pen BBS 268. Dann Hinweis auf die Website. Ja, das kann ich nicht lesen. Da könnt ihr mir vielleicht helfen und könnt das in den Kommentaren dann auch einstellen, was da noch möglicherweise alles draufsteht. Ja, hier steht nochmal Art of Writing Paper. Das steht alles gleich drauf. Hier dann Pen, hoppla, hier kann man es gar nicht sehen. Pen BBS established 2005. Also seit 2005 gibt es die. Auf dieser Seite nochmal genau derselbe Aufdruck. Okay, dann werden wir das mal, hier steht auch nochmal Art of Ink Writing Paper. Also sehr schön und aufwendig gestaltet und gedruckt. Ja, wenn man die Papphülle mal wegnimmt, dann kommt hier eine transparente Kunststoffbox in so einem Frosted Design zum Vorschein. Sieht sehr gut aus. Was mir hier auch ganz gut gefällt, ist hier nochmal, mal sehen, dass ich das hier ein bisschen besser fokussiere. Ihr könnt das jetzt mal so sehen. Pen BBS established 2005. Also hier haben wir das Branding der Box. Okay, so. Ja, diese Box selber. Hier hinten kann man nochmal das Modell sehen. Das ist ein Pappeinleger, denke ich mal, wenn wir uns nachher mal anschauen. 268, die Modellnummer, der Füllfederhalter und Vacuum Filling. Also es ist ein Vakuumfüllsystem und das werden wir nachher dann auch mal uns anschauen. Okay, kommt zum Vorschein so eine ausgeschnittene, ganz samtweiche, mit samt beklebten Schaumstoff recht fest und gibt dem Füllfederhalter hier einen guten Halt. Der ist hier leicht ausgeschnitten. Ich glaube, damit kann man hier so ein bisschen die Finger reinstecken und kann den hier rausnehmen. Das ist so die Idee. Legen wir den erstmal nebenhin. Dann denke ich mal, wird auch diese Schaumstoffeinlage rausgehen. Ich habe es noch nicht gemacht. Mal gucken. Ja, die kriegt man hier raus. Ihr seht es hier gerade. Ja, dann kommen wir hier genau und das ist hier dieser Pappeinleger, den ich vorhin beschrieben habe, nochmal an dieses Modell mit den entsprechenden Maßen und ja, diesen Pappeinleger. Mal gucken, ob der auch rausgeht. Ja, den kann man auch rausnehmen. Dann kann man nochmal aufklappen. Dann ist hier nochmal beschrieben, wie dieses Vakuum-Füllsystem funktioniert. Also alles in chinesisch gehe ich mal von aus. Und ja, das ist hier die aber auch relativ selbsterklärend mit diesen mit diesen Bildern. Das ist hier die Box an sich. Okay, dann bauen wir die Box wieder zusammen und nehmen den Füllfederhalter mal aus seiner Verpackung und schauen uns da mal die Bestandteile an. Fangen wir mal mit der Kappe an. Da gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um die abzudrehen. Die sitzt sehr fest. Oh, alter Schwede. So, also, wenn er nicht mal ganz eine Umdrehung, dann ist er ab. Also nochmal draufdrehen. Die sitzt wirklich sehr fest, diese Kappe. Ja, mit einer Dreiviertel Umdrehung ist er schon ab. Ja, Dreiviertel Umdrehung braucht er. Also, um mal schnell eine Notiz zu machen, da ist es wirklich sehr gut. Und nach einer Dreiviertel Umdrehung schon, wie gesagt, hat sich die Kappe gelöst. Zu denen müssen wir hier wieder mal ein bisschen fokussieren. Ein bisschen mehr so. Hier seht ihr Kunststoffgewinde. Hier unten seht ihr Kunststoffgewinde. Das sieht beides sehr gut aus. Auch wenn es hier so ein bisschen fest ist. Also, das stört mich schon ein bisschen. Da habe ich Angst, dass wenn ich den dann aufdrehe, dass da hier irgendwann mal, oder man bleibt hier am Clip hängen und löst da irgendwas. Also, das ist schon sehr fest. Mal gucken, was man da noch machen kann. Vielleicht muss das auch noch ein bisschen bewegt werden, bis es sich dann eingespielt hat. Okay. Bleiben wir bei der Kappe. Dieser Abschlussring. Hier können wir es nochmal sehen. Nochmal hier ein bisschen reinziehen. Pen BBS. Hier seht ihr es. Schön abgestimmt, dieser Ring mit so zwei, ich sag mal, so zwei abgesetzten Ringen nochmal. Also, ein bisschen mit erhabenen Ringen nochmal. Dieses Zeichen kann ich ehrlich gesagt gar nicht erkennen, was das bedeutet. Mal mit der Lupe schauen. Ich mache das eine zur Hand habe. Also, da muss ich euch sagen, kann ich leider gar nichts erkennen, aber ich versuche es euch nochmal hier heranzuzoomen. So, also, sieht aus wie eine Blume. Ja, vielleicht dieses Logo von Pen BBS. Jedenfalls ist hier die Modellbezeichnung nochmal. 2, 6, 8. Ja, soviel zu der Kappe. Ist Acryl. Ist Kunststoff. Kappenkopf hält hier. Mal gucken, ob ich den abschrauben kann. Nein, der scheint fest zu sein. Hält hier den Clip. Der Clip ist recht fest, aber funktional. Das ist das Metallteil. In der Kappe von innen hat hier nochmal so einen Ring, so einen zusätzlichen. Da wird die Innenkappe quasi, ist aber aus einem Stück, die wird dann nochmal ein bisschen, ich sag mal ein bisschen abgesetzt. Dadurch, ja, soviel zur Kappe. Schön gestaltet. Sieht gut aus. Das ist durchsichtiger Acryl, wer das mag. Diese Eyedropper-Geschichten, beziehungsweise diese transparenten Füllfederhalter. Ja, hier können wir Griffstück und Schaft logischerweise nicht trennen, weil wir haben hier diesen Vakuum-Mechanismus, den ihr hier ganz gut erkennen könnt. Dazu muss man hier oben aufdrehen. So, und dann kann man den hier bewegen. Und da seht ihr schon, wie an der Innenseite hier so eine Gummi-Lamelle hoch und runter geht. Und wenn man natürlich den dann hier ins Tintenglas steckt und dann hochzieht, dann saugt ihr hier die Tinte mit ein. Ist ganz klar. So, und dann, wenn die Tinte drin ist, verschraubt ihr hier alles wieder und der Füllfederhalter ist befüllt. Ja, Griffstück, Füllfederhalter liegt gut in der Hand. Ist eine ganz nicht außergewöhnliche, ähm, nicht außergewöhnliche Stärke. Ist eher so die Stärke eines klassischen Füllfederhalters, wenn ich euch das hier mal so zeige. Das ist jetzt nichts Erwähnenswertes. Kommen wir zur Feder. Griffstück liegt gut in der Hand. Die Feder hier, ähm, die ist so geätzt. Und das ist das Logo oben, das man auf den PenBBS-Federn eben findet. Dann PenBBS steht drunter. 2005. Und dann Shanghai, China. Ja, und hier steht nochmal, mal gucken, was das hier heißen könnte. Das hier ist auf der Feder drauf. Ja, kann ich nicht erkennen, was das bedeutet. Irgendein Zeichen nochmal. Ja, keine Ahnung. Okay, hier der Tintenleiter recht lang. Sieht gut aus. Auch das Griffstück, was mir auch immer gut gefällt, ist klar und durchsichtig, so dass man da auch schön den Tintenfluss sehen kann. Ähm, Schaftende, hatte ich euch schon gezeigt, zum Aufschrauben, damit man das Vakuum-Füllsystem verwenden kann. Und ansonsten sieht das Acryl, ihr könnt euch ja selber hier davon überzeugen, recht hochwertig aus. Okay, dann, also das ist wirklich sehr fest, muss ich ja wieder sagen. Ähm, dann kommen wir jetzt, nachdem wir das hier wieder scharf gestellt haben, dazu, dass ich den Füllfederhalter befüllen werde. Und dann machen wir als anschließend Maße und Gewichte. Und Gewicht natürlich nur. Also wir machen anschließend Maße und Gewicht. Maße und Gewicht. So wie ihr den Füllfederhalter hier vor euch seht, ich habe ihn jetzt mit Tinte befüllt, mit Waterman Audacious Red, wiegt er 25,7 Gramm. Wenn wir ihn aufschrauben, dann misst er ohne Kappe 12,7 Zentimeter. Mit der aufgesteckten Kappe, was hier auch sehr gut, obwohl, na, doch, jetzt hält er. Was hier auch sehr gut geht, ihr seht, er ist ja ganz fest, da fällt nichts ab. Das ist eher so, dass er kaum wieder abkriegt. Also jetzt wird, also es fühlt sich nicht so angenehm an, wenn ich ehrlich bin, aber es funktioniert. Da misst er auf jeden Fall 15,7 Zentimeter. Und im geschlossenen Zustand, also hier verschraubt, da misst er 14,3 Zentimeter. Was interessant war, jetzt hier beim, mit diesem selbstfüllenden Vakuumsystem, das fand ich ganz spannend. Also ich schraube nochmal auf. Also man löst hier oben diese Schutzkappe, dann zieht man den, also man stellt den Füllfederhalter in das Tintenglas, zieht diesen Stößel nach oben, dabei füllt sich der Füllfederhalter schon ein bisschen mit Tinte. Dann drückt man ihn wieder nach unten und man denkt, die Tinte geht da raus. Und wenn er unten angekommen ist, dann wird durch das Vakuum die Tinte eingesaugt. Also ihr seht, hier ist eine ganz gute Menge an Tinte drin, in dem Füllfederhalter, könnt ihr hier so ein bisschen sehen. Und das macht ihr drei, vier Mal diesen Stößel hoch- und runterschieben und beim Runterschieben füllt es sich mit Tinte. Das finde ich, ist ein ganz netter, ganz netter Eindruck, der dabei entsteht. Ja, das wollte ich euch nur nochmal sagen, wie das so funktioniert, habe ich jetzt hier im Video euch nicht gezeigt. Aber sehr schön und die Menge an Tinte, die hier drin ist, die ist auch okay und das geht so nach drei, vier Mal mit der Tinte oder im Tintenglas füllen. Okay, soviel zu den Maßen und Gewichten und zu dieser speziellen Fülltechnik und dann kommen wir jetzt mal zum Schreibtest. Wir haben also heute hier vor uns den Pen BBS 268. Das ist also so eine Füllfederhalter-Community, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die hier auch ihre eigenen Füllfederhalter macht. Das ist eine M-Feder. Die ist zwar so nicht gebrandet, aber laut Herstellerangabe, ich denke, wenn man das so sieht, ist es eine am unteren Ende angesiedelte M-Feder. Das ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich. Okay, die Tinte ist Waterman. Audacious. Red. Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt mal hören, wie die Feder übers Papier gleitet. Ja, ich denke, da habt ihr selber gehört. Da gibt es kein Kratzen und kein Knarzen und sonst irgendwie was. Es gibt ein ganz leichtes Feedback. Sehr, sehr angenehm zu schreiben. Tintenfluss habt ihr auch gesehen. Sehr, sehr gut. Keine Aussetzer. Wirklich ein schönes Schreiben. Liegt super in der Hand. Ist von den Maßen her, ich sage mal, eher einer, den ich in den, in Anführungszeichen, Normalbereich einfügen würde. Also ein ganz klassischer Füllfederhalter. Aber wirklich sehr angenehm zu schreiben. Okay, jetzt haben wir den Moment offen gelassen. Dann machen wir ein schnelles Schreiben. Mal gucken, ob er gleich wieder da ist. Ja. Ja, auch hervorragend. Kommt auf jeden Fall immer mit dem Tintenfluss nach. Verkehrt herumschreiben. Ihr hört es so ein bisschen. Das klingt gar nicht so schlimm. Also auch da, muss ich sagen, ist die Feder wirklich sehr, sehr gut geeignet. Das ist eine aus meiner Sicht der besten Federn, die ich bisher verkehrt herum benutzt habe. Und dafür klingt sie wirklich sehr angenehm. Ich würde sagen, das ist hier eine feine, feine Federstärke, die wir dann da haben. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variationen hineinbringen können. Eher nicht. Und von dem Tintenfluss her, ja, ich denke, für einen M-Feder sehr, sehr gut. Ja. Soviel zum Schreibtest des PenBBS 268. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Und wenn er euch gefallen hat, wo ihr ihn denn bekommen könnt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am PenBBS 268. Also sehr gut gefällt mir das Schreibgefühl. Der Tintenfluss ist hervorragend. Die Feder ist schön gestaltet, auch wenn sie in Anführungszeichen nur geätzt ist. Mir fehlt, wenn das so ein bisschen in der Feder drin ist, so, ich sage mal, gepresst, dann gefällt mir das eigentlich besser. Aber die sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Mir gefällt auch, dass PenBBS nicht nur eine Firma ist, sondern dass sich hier Füllfederhalterfreunde, schönes Wort, zusammengeschlossen haben und hier ihre eigenen Füllfederhalter machen. Das gefällt mir alles sehr gut. Mir gefällt auch diese Vakuum-Fülltechnik, weil sie mal ein bisschen was anderes ist. Das ist schön anzuschauen. Und hier in dieser Struktur, dieses klare Acryl, sieht auch die Tinte an allen Stellen richtig, richtig gut aus. Das ist schon sehr, sehr gut gelungen beim PenBBS 268. Was gefällt mir weniger gut? Weniger gut gefällt mir, ich habe es euch vorhin gesagt, dass die Kappe sich sehr fest aufdrehen lässt und man dann die Kappe wirklich nur mit etwas mehr Kraft hier wieder runter bekommt. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Langlebigkeit des Füllfederhalters auswirken wird, aber sie ist schon sehr fest. Also, Entschuldigung, so habe ich das noch bei keinem anderen Füllfederhalter gehabt, dass die Kappe so fest sitzt. Hat natürlich den Vorteil, sie löst sich nicht. Okay, aber wenn ich ihn dann aufschrauben will, dann muss ich schon ordentlich rangehen, damit ich ihn dann auch zeitnah aufbekomme. Vielleicht gibt sich das noch ein bisschen, wenn man den häufiger benutzt. Das werde ich mir mal anschauen, da werde ich noch mal ein bisschen experimentieren und gegebenenfalls da auch nachberichten. Würde ich ihn mir wieder kaufen? Ich habe euch ja gesagt, 18,50 Euro bei AliExpress, hier in dieser, ich zeige es euch hier nochmal, in dieser schönen Verpackung mit dieser Frosted Kunststoffbox. Also alles sehr schön gemacht. Nichtsdestotrotz komme ich nicht zu einem eindeutigen Ja. Also, ich finde es interessant und demjenigen oder derjenigen würde ich ihn auch empfehlen, die oder der so ein bisschen Interesse hat für diese Vakuumfülltechnik. Das ist schön anzuschauen, ist mal was anderes als die typischen Converter-Befüllungen. Und da finde ich ihn schon ganz spannend, muss ich zugeben. Deswegen bei mir auch ein klares Vielleicht, ob ich ihn mir wiederholen würde. Aber ansonsten, ich zeige euch hier nochmal, ist es halt auch einer von ganz vielen Acryl-Füllfederhaltern. Auch mit den Metallteilen, die ihr hier nochmal seht, ja, ist nett gemacht, aber ist jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig etwas Besonderes. Ja, auch der Clip hier funktional, keine Frage. Aber, ja, mir fehlt so ein bisschen das Besondere für 18,50 Euro. Da werdet ihr bei mir auf der Seite andere Füllfederhalter für einen ähnlichen Preis finden, die irgendwie so ein bisschen was Eigenes haben. Es ist kein schlechter Füllfederhalter. Also PenBBS, Leute, ihr habt da wirklich einen guten Füllfederhalter gemacht. Der ist absolut funktional, mit Sicherheit ein treuer Begleiter täglich. Und man kann ihn nutzen. Der Tintenfluss sieht sehr gut aus. Aber es ist halt, wie gesagt, einer von ganz vielen Acryl-Füllfederhaltern. Und insofern kann man ihn kaufen, vielleicht als Geschenk. 18,50 Euro, das sieht gut aus. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Man unterstützt so ein bisschen auch diese Interessengemeinschaft. Und ist da Teil davon, indem man hier eben so einen Füllfederhalter gekauft hat. Okay, ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit dem PenBBS 268? Geht bei euch die Kappe auch so schwer abzuschrauben? Sitzt die auch so fest? Was habt ihr gemacht, um das Problem vielleicht zu lösen? Teilt es mir in euren Kommentaren mit. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.